Du wirst es schnell anfangen, wieder Content zu machen, den sie lustig finden. Gemeinschaftliches Kaffee trinken. Ja, das wäre toll. Jeder macht Kaffee, Kuchen, jeder bringt was mit. Schön. Und am Abend grillen mit Lagerfeuer. Stammtreffen, jawohl. Ist jetzt besser? Stammtreffen. Oh, das wäre auch geil. Ja, Alter, ich habe richtig Bock drauf. Da würde ich sogar für dich zu dir fahren. Okay. Ich habe dich auf dem zweiten Mond die ganze Zeit strahlend hell in meinem Gesicht. Äh, nö, es hängt nix, es hängt nix. Ich kann auch mal runtergehen, wenn wir wollen. Und dann aber runter. In die Knie gehen. Und so rein. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht. Mach die Robbe. Robbe. Ui, 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 ui. Wieso leckt denn das jetzt hier so bei mir? Das ist bei mir gerade genau das Gleiche. Das sind gerade alle hier drin. Was ist denn jetzt? Geht aus mir raus! Gang. Ekelhaft! Da kommt Leute! Wo? Was? Wo denn? Ich habe noch nichts an. Ich habe noch nicht mal was zum... Ich kann noch nichts was werfen. Und ich kriege schon wieder aufs Maul, oder? Ja, klar. Nee, nee, ich habe ihn getötet. Okay, gut. Nee, habe ich nicht. Hast du nicht? Wo ist er denn? Nee, ich habe ihn getötet. Wo bin ich denn hin? Nach meiner Haller, ey. Hey, Diggi. Auf geht's in die Walla Halla. Nein! Das habe ich zu spät gesehen. Shit. Dammit. Ja, ich bin runtergefallen. Schon drin 88. Nicer Name. Team Orange ist weg. Was sind wir eigentlich? Wo denn? Wo denn? Ich habe doch nichts. Einfach boxen, boxen ihn einfach. Okay, wir sind weg. Da sind zwei Leute bei uns. Okay, ich gehe nicht mehr ab und weg. Versuche, irgendwas zu überleben, okay? Ja, weh denn. Ich bin doch auch schon weg. Ja, aber ich versuche es zu überlegen. Aber dann kann ich ja... Ja, du versuchst mal zu überlegen. Überlegen. Überleg doch mal. Ich bin jetzt Zuschauer. Wir gucken... Wir gucken hinab. Ich nehme demnächst mal einen Green Screen. Nee. Hast du Lust auf Green Screen? Doch. Ey, hier ist so warm. Ich mache jetzt gleich erstmal meinen Hirnplatz gleich. Bisschen Schwund ist immer. Oh, da steht einer mit drin. Jetzt findest du es geil, ne? Nein. Finde ich nicht. Das Bett. Das kannst du einbauen. Ja, dann muss ich jetzt erstmal zu dem Dealer. Ich vergesse mal, was ich sagen will. Was hier beruhigt ist. Okay, wir kriegen wieder direkt Besuch. Ach, come on, bitte. Ich habe nicht mal irgendwas, wo ich rumprügeln kann. Achtung, geh nach hinten. Geh nach hinten. Ich verteidige dich mit Leib und Seele. Digga, ich brauche erstmal irgendwas zum... Ey, die machen die alle kaputt. Wir müssen jetzt auch mal einen kaputt machen. Hey, wieso hast denn du schon wieder Rüstung an und ich nicht? Weil du langsam bist. Boah. Ey, findet ihr auch, dass er unverschämt ist? Ich finde, allein dafür müsst ihr mir jetzt erstmal was spenden. Ja, der Hund sagt es auch. Ja, du musst mich jetzt erstmal verteidigen hier. Deinen Lohn. Die ganzen 12,50 Euro. Ach, du machst das einfach. Du bist einfach der Gott. Er ist voll am Drücker hier. Ey, ihr macht mich fertig. Wir haben unser erstes Thema eigentlich immer noch nicht fertig geredet, ne? Was war das? Ich bin ja total fertig mit den Nerven, ey. Ja, unser Furz-Thema. Das Furz... Richtig, zurück zum Furz. Ganz wichtig. Darmwinde. Stimme für ein Thema ab. Ein Strommast. Also, das Furz-Thema. Halt folgendermaßen, dass sich Männer geil fühlen, wenn sie furzen. Und bei Frauen es ekelhaft finden anscheinend. Ja, nicht unbedingt eklig finden oder so. Aber ich finde, dass Männer sich einfach mehr abfeiern, was das angeht. Ich finde, dass Männer sich einfach mehr feiern, wenn sie einen fahren lassen. Und die finden das auch irgendwie lustig. Ja, das stimmt natürlich. Ich finde sowas auch total lustig, so. Aber... Sagen, dass Frauen das nicht dürfen, finde ich dunkel. Das ist doch ein 1A-Strom-Mast. Ich weiß gar nicht... Wie macht man denn einen Strommast? Ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Kann er so schon nicht bauen. Jeweils. Na, warte! Das wird ja wieder frech. Oh, was willst du tun? Was willst du... Ich krieg dich einen auf, wenn ich mich vielleicht auf die Fresse mache. Kannst du haben! Okay. Soll ich mir doch was Kampan besorgen? Es ist vielleicht sinnvoll. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier... Ich denke auch, dass ich hier gerade einfach kompletten Dinschiss baue. Ganz ehrlich, ich bin sehr zufrieden. Es sieht schön aus. Irgendwie hat es was von den Illuminaten, findet ihr nicht? Sieht aus wie im Westen, so die Telegramme. Spannanisch. Hola! Eng ist da! Uh! Einzüller Chat. Alge, alge, alge. Ihr habt doch alle keine Ahnung. Okay. Alter, reicht. Warum juckt es mich jetzt? Das kann man, wenn man einfach nicht daran denkt, dass es nicht gerade irgendwo am Körper juckt. Einfach... Ähm... Na ja. Bisschen falsch verstehen. Bisschen asozial verstehen. Sagen wir es mal so. Äh... Was nehmen wir? Prison? Das ist ein Crown. Krone. Ah, okay. Ey! Hab ich jetzt abgestimmt? Oh, alle, alle nehmen das! Alle nehmen das! Alle nehmen das! Nein! Nein! Ich hab Hunger, ich will Muffin! Alter, ich bin auf die End! Wenn das nicht im Stream-Highlight drin ist! Bitte was? Meng! Mist! Jetzt hab ich den Faden verloren, was ich bauen wollte! Ich hab einfach komplett keine Ahnung, worüber du jetzt lachst! Über den Kommentar von Ming? Was wollte ich denn hier bauen? Mann, ey! Ich werd nochmal verrückt. Oh nein! Ich hab die Zeit vergessen! Shit! Jetzt bin ich fertig geworden! Ähm, okay, so. Oh Gott, das schaff ich niemals in drei Minuten da jetzt noch ein Männchen hinbauen. Ja. Nie, niemals. Ich versuch's aber trotzdem. Okay, zack. 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 Ist das überhaupt Baseball, was ich hier spiele? Gute Frage, nächste Frage. Let's go! Oh Gott, das schaffen wir nicht mehr, Leute. Das schaffen wir einfach nicht mehr. Nein, nur noch 20 Sekunden. Nein! Da ist der Drops. Gelutscht. Ich kann es nicht. Ach, Mann, ich will es einfach nicht. Ich will, ich will keinen Shamanwan. Ja. Okay, in zwei Minuten gibt es das Deathmatch. Und wie wir wissen, bin ich sehr gut darin. Wir können auch mal generell, ähm, du kannst ja mal einen Art-Anno-Server aufmachen. Da können wir mal, weil ich kann nicht mal so ein bisschen trainieren in der Mittelkraft, so generell. Oh ja, wir machen Coachings. Was? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ab Samstag ist der Ausgangssperre. Was? Echt? Das ist ja... Ich wollte ein Pfötchen, das müsst ihr mir eben eingreifen. Hahaha. 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 Ach nee, ich hab doch nichts, ich hab doch nichts. Ich hab doch nichts! Ich hab doch nichts! Ich bin schon tot. Ich hab trockene Pfötchen, ich muss die mir immer eincremen. Ich hab so trockene Pfötchen, die muss ich mir immer eincremen. Oh, das war Heidi Klum. Das war Heidi Klum. Das war sowas von dir, Heidi. Ja, das tut mir leid, aber ich habe heute leider kein Foto für dich. Hup! Bis zum nächsten Mal.